So, wir hier in die Ecke einfach unser Feierbaran. Freaky, vielen, vielen Dank für neun Monate schon ins Fibus-Bude. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Mann. Ja, kannst du Feuer machen? Nö. Die kommen da jetzt schon oben alle runter. Nein, ich hab dich hingelegt zum Schlafen. Ey, was macht der denn, Alter? Gute Nacht, Junge. Denk in den Embryostellen und der hat alles aufgegeben, Alter. Geist die Gesüter in das 1 wegen unruhiger Schlaf. Boah, ich glaube, du brauchst mal eine Brille, mein Freund. Ey, ist das fies. Schön, Alter, komm, lass uns mal ein Feuer bauen jetzt. Alter, pass auf, zack. Ja, warte, lass uns doch an der, an der Felswand diese Betten bauen. Ja, die kommen ja dazu gleich. Okay. Also, ich schau noch einen, äh, kleinen Stöcker und große Stöcker. Hab ich noch nicht gelernt, den Steinkreis, scheiße. Oh, schön, ey. Ich red mit den Einheimischen. Blätterbett, ja. Bretterbett. Kannst du mal die Sachen, kannst du mal zweimal Blätterbrett irgendwie, äh, hinballern? Scheiße, das passt nicht hierhin. Wir müssen ja nicht nebeneinander schlafen, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich kann es hier nirgendwo platzieren. Ich würde neben dir schlafen. Platz schaffen, ja, ich würde gerne Platz schaffen. Muss ich hier erst alles kaputt kloppen, oder was? Okay, ich hole die Stöcker. Nee, das geht nicht. Nee, das ist ein großer Stock. Wie kann ich den fallen lassen? Ach so, okay. Alter, ich hab auch Ausdauer für zwei Schläge, ne? Ist echt so, wir haben so wenig Ausdauer. Das ist unglaublich. Was ist das denn hier? Liegt hier einfach eine tote Maus. Geil, Abendessen. Mh, Ratatouille. Fuck, ich kann echt nur die dicken Blätter, äh, Betten hier rin knallen. Alter, die sind ja übel verhält. Äh, die, 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 die Blätten, die Blatt, es gibt doch Blattbätter, Blätterbetten, oder nicht? Ja, aber die passen hier nicht hin. Die muss man anscheinend irgendwo drauf platzieren. Ich kann nur das hier jetzt herstellen, diese fetten Dinger. Braucht natürlich dreifach so viel Zeit. Wow, da können wir, da passen wir ja beide drauf, ey. Lass uns erstmal Feuer fertig machen. Ja. Der macht hier Hotel direkt hin, Alter. Vollereien, ja, guck mal. Der passt hier dahinter. Schön. Okay, ich hole, ich gehe. Das ist wirklich eine Eins vom Interieur. Wie können wir denn, können wir irgendwie Stöcker, äh, abholzen, oder kriegt man die nur auf dem Boden? Ne, die kannst du hier, wenn du so ein Ding kaputt haust. Da kriegt man Stöcker, ne? Ja. Und lange auch. Lange, dicke, dünne. Bam. Bro-Mafia, danke für den Follow, Alter. Ja. Stocki, 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 stock, stock, stock. Krieg ja große Stöcker dabei. Ne, lange Stöcker brauchen wir, glaube ich, nicht. Erstmal das Feuer. Brauchst du einen Unterstand wegen Speichern? Scheiße, dann gibt's gar keinen. Den Shelter. Den Shelter brauchen wir halt. Oh, fuck, okay, den brauchen wir eher als die Betten, weil ich glaube, das reicht nicht zum Speichern. Glut erforderlich. Okay, warte mal, ich mach mir so, ich mach mir mal so, so einen Brennstab. Brennstab. Ja, so ein Bohrer, Mann. Hol mal aus dem Dings, ey. Was brauche ich denn? Stock oder Feuerbrett? Kleiner Stock. Okay, pass auf, jetzt geht's ab, Alter. Jetzt. Sag mal, wo ist das? Was ist das, Schatz? Rahmen? Rahmen. Großer Stock. Auf geht's. Handbohrer, Junge. Auf geht's. So, das Ding ist, ich brauche, wir bauen aber sowas wie ein Vogelnest. Was platzierst du dann? Er baut einfach ein neues Haus. Ja, wir müssen das jetzt hier... Oh, komm, das ist so ein Ding. Das passt nicht. Scheiße. Wo ist denn das denn hier, ey? Der rennt da mit dem Tomaten-Shel da rum, Alter. Hier oben. Boah! Also ist klar. Haben wir eigentlich schon herausgefunden, wer zur Dschungelprüfung muss. Das Ding ist, wir bauen jetzt sowas wie ein Vogelnest, oder? Für Glut machen, oder? Wo kriegen wir das her? Ja, ich glaube, du kannst auch trockene Blätter nehmen. Aber ich glaube, das dauert eine Zeit, bis sie trocknen. Scheiße. Es gibt hier trockene Blätter, die sind ja irgendwo an die... Die kann man ja erkennen. Hier, das zum Beispiel. Das ist ein trockenes Blatt. Oh je. Ja, okay, krieg ich mal wieder ein. Dann müssen wir ein bisschen mehr Sport machen, hier. Wo ist denn das? Das war plötzlich Tag. Ich habe mir mal eine Taschenlampe angemacht. Das kann ich auch benutzen, das trockene Blatt, oder? Beide. Jo, der kommt immer hoch. Jawohl! Warm, Junge. Nice. Was für die Holzbalken? Holzscheide. Ja, das ist halt großer... Warte mal, ich mache mal Feuer hier. Gut erforderlich. Zwei Schläge, ich bin kaputt. Trockenes Blatt. Kann ich das nicht da rein platzieren? Warte, kann ich das... Du musst das, glaube ich, drauf ziehen, auch wie ähnlich wie mit dem Verband. Herstellen. Ach, Mann. Jetzt muss ich echt erstmal diesen fetten... Du bist so müde zum Arbeiten. So, wir müssen das kennen, oder was? Nee. Ich kann das hier nicht reinballern, das geht nicht. Trockenes Blatt kann ich nicht da drauflegen, Leute. Oder wie mache ich das? Ich muss mit einem Handbohrer Feuer machen. Ja, aber... Hä? Aber... Okay, warte mal. Hast du erst den Handbohrer in der Hand? Und dann das Blatt da reinziehen auf den Handbohrer, glaube ich. Wo ist mein Handbohrer jetzt? Habe ich den nicht gerade gemacht? Ach, hier. Wir sind tot. Hä? Wie soll ich denn einen Baum fällen mit dieser Verfassung? Ah, okay. Let's go, Alter. Feuer, Junge. Auf geht's. Wollen wir doch mal säen. Ich mache Feuer jetzt. Wie mache ich denn Feuer? Ziehe ein Vogelnest, fahre so ein trockene Blätter in... Okay, alles klar. Jetzt geht's los. Leno, ich sorge für... Das Ding ist, das Feuer wird wieder ausgehen, weil es hier regnet. Scheiße, warum haben wir das... Wir hätten das Shelter erst bauen sollen und dann das Ding da drunter. Du bist zu müde, um Feuer zu entfachen. Erhole dich und... Okay, ich muss schlafen. Und ich habe keine Axt mehr. Oh, geiles Bett, Alter. Warte mal, kann ich hier kein... Kann ich kein kleines Bett machen? Was redet er denn? Oh, ich muss was trinken, fuck. Wir sind gleich wieder tot. Scheiße. Hier, Pallenblatt. Blätterbett. Hä? Ich konnte das nicht platzieren. Da, nirgends. Weil das hier nicht eben ist, oder was? Keine Ahnung. Ist nicht fancy genug, voll unfair. Hast du noch diese braunen Pilze? Die kannst du hier reinhauen für Power. Ja, wir bräuchten sowas wie eine Höhle, damit wir erstmal die Trockenheit haben. Wir sollten uns eigentlich nicht da hin... Ich fände es eigentlich besser, wenn wir das nochmal abbrechen. Scheiße. Weil wir haben ja gar keinen Unterschlupf. Wir sollten hier sowas wie eine Höhle nehmen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wenn wir hier liegen... Wie wir hier... Warte mal, hier ist gleich eine Höhle. Das weiß ich safe. Hier müsste gleich eine Höhle reduzieren. Warte, ich gucke nur, ob hier wirklich eine Höhle ist. Erstmal noch nicht demonstrieren. Scheiße. Hast du schon gemacht? Nee. Du bist schwächer, um Energie zu haben, benutzt du ein Bett oder so. Ja, wie denn? Ohne Bett. Alter, wir wurden aber auch nicht... Hey, dass wir wenigstens mal einen Tagvorlauf kriegen. Problem ist, wenn wir jetzt wieder auseinander... Wenn wir jetzt wieder sterben, einer von uns sind wir tot, oder? Also ich meine, dann sind wir wieder auseinander. Ja. Oh, hier kann ich das Ding platzieren, aber das ist auch eine Spinne. Ich will hier nicht sein. Also hier ist eine ebene Fläche. Wenn du den Fels weiter... Die Felswand weiter rechts entlang läufst. Dann haben wir hier richtig Spremiumbude, du. Über die links, oder was? Nein, einfach nur rechts langlaufen an der Wand. Ich meine, links, links meine ich. Oh, wow. Also wenn du, wenn du auf... Wo die Betten standest, wo du die geplant hast, ist links... Was ist das denn? Ja, ja, ich bin ja rechts langlaufen. Ja, 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 das war dumm von mir, sorry. Plötzlich stehe ich an der Klippe, ey. Das Gute wäre halt, wenn wir hier irgendwo Wasser in der Nähe haben. Ist ja ganz nice. Wir müssen Kokosnüsse sammeln. Ja, ja, die fangen Regen auf, ne? Ja, ich verstehe. Höhle ist gut wegen dem Feuer. Scheiße. Vielleicht kann ich da hier rüberspringen, dass... Oh mein Gott. Leute, da unten ist ein fettes Lager. Ich weiß zwar nicht, wie wir da runterkommen, aber wir müssen da, glaube ich, hin. Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Hier ist auch ein Lager. Aber Feind, glaube ich. Hey, wie bist du denn jetzt zum Lager gekommen? Ich dachte, du kommst jetzt in meine Richtung. Was ist da? Das ist unser altes Lager. Ja, hier bin ich gestoßen. War wohl gerade das Rindmann in der Höhle, oder was? Nee, hier wurde ich gerade eben gekillt. Oh, hier ist der Speer. Stammes Feueranzünder? Warum haben die ein extra Feuerzeug? Ich leg mich mal schlafen jetzt. Oh, ich konnte trinken. Sehr gut. Ich loot doch eben schnell meinen Scheiß. Vielleicht merken sie es nicht. Ich schlafe eben. Äh, Banane. Ach, verdorben, weg. Okay, das tut mir gerade gar nicht gut, was ich hier mache. Oh, Hidration, sehr gut. Aber das ist gut, jetzt kann ich schon mal ein Feuer machen. Ich weiß halt nicht, wo du bist, Lerdo. Ich habe keine Ahnung. Lagerfeuerschale. Was bedeutet das? Wir sind halt komplett gesplittet, Mann. Ich bin rechts einfach lang gegangen, wo du gesagt hast. Zu mir lang, oder was? Nee, du bist ja in die andere Richtung gelaufen. Nee, nee, ich bin ja umgedreht. Hier ist die Pflanze, die wir eben brauchten. Aber ich sehe dich nicht. Hä? What the fuck? Du müsstest ja, ich bin immer noch an der Felswand. Ich auch. Wenn du die Felswand, wenn du die Felswand weiterhin langläufst, kommst du dir irgendwann an der Kippe an. Also du wirst wahrscheinlich noch nicht so, ah, da bist du. Ja, doch, ich bin da nicht. Hier links, wie gesagt, neben uns ist das Lager. Ja, komm aber hier runter. Guck mal, ich zeig dir das mal. Hier haben wir eine ebene Stelle, da können wir eigentlich gut bauen. Hier, ist jetzt zwar kein Unterschlupf, aber hier ist alles gerade. Guck, da können wir auch diese Palmenblätter hinballern. Das ist ja bescheuert, ey. Was wir da für eine Ebene brauchen. Was liegt denn hier? Hä, Menschenfleisch? Der Stammessperr? Was, hier ist einer gestorben? Frag nicht. Ich habe auch einen Speer. Oh, oh, mach mal die Spinne da tot. Wo? Hier, da. Oh, warte, pass auf. Zack. Ih, die zappelt noch. Okay, hier ein Bett. Oh, guck, wofür war das denn nochmal hier? Und links ein Bett. Immer da drunter liegen tote Viechers. Weg bitte, Viechers. Und hier ein Bett. Guck mal, easy, Alter. Palmenblatt. Perfekt. Alter, hier ist es wohl nicht. Wo sind die Palmenblätter? Das sind diese ganzen Büsche da unten, ne? Diese Dinger da. Okay, perfekt. Okay, wir müssen Feuer machen. Kannst du Feuer machen? Ich weiß nicht, ob ich die Schale einfache. Oh, ich weiß nicht. Wo ist diese Schale? Kann ich das in der Schale machen? Das wäre natürlich Ast rein. Was brauchst du denn? Lagerfeuerschale. Also, ich habe trockenes Blatt. Ich habe geschlafen. Eigentlich müsste ich das wieder... Oh, wobei, ich verliere Leben. Warum verliere ich Leben? Fuck. Ich weiß nicht, was passiert. Oh nein, ich muss mich auch untersuchen. Ich kann deinen Egel nehmen. Zack. Hier, ich nehme den. Oh, ich habe einen Wurm im Arm, Alter. Leck mich doch. Scheiße. Ich habe 300 im Arm. Wie mache ich das weg? Wie mache ich das weg, Leute? Was hast du? Ein Wurm. Also, so eine Entzündung. Und da ist schon ein Wurm. Oh, das ist halt ekelhaft, ne? Noch ein Egel. Da, die ganze Beine. Oh, Alter, kommen Sie die. Entfernen Sie bitte. Ja, da sehe ich sie, die alter Beule. Wie heißt das Lied? Welches Lied? Hä, was für Lied? Gegen Parasiten. Du musst diese Pilze essen, diese hellen. Ich habe keine Pilze. Wart ihr den hier? Den muss ich die Fungus. Scheiße, Arafleisch ist auch kaputt. Den roten, oder was? Ja, orange, ja. Sicher? Ich glaube, ich... Ja. Hier ein Funkienverband. Ich hau dir den drüber. Den, glaube ich, kannst du da draufschmeißen. Hier, nimm den mal, der jetzt auf deinen Füßen liegt. Ich brauche was zu trinken. Das steht bei mir. Wenn willst du unbedingt Kokosnüsse hier hinballern, es regnet sowieso gerade. Funkienverband. Die sollen einfach den Mund aufhalten. Warum geht das eigentlich nicht? Warum kann man sich den Mund nicht aufhalten einfach? Warum kann man sich den Mund nicht aufhalten? Nee, ich kann das nicht aufballern. Leute, wie komme ich mit... Durch Knochenspritter aufmachen. Knochennadel. Warte mal. Hier im Bett. Du kannst nicht hier... Ah, nee, wir können nur gleichzeitig schlafen. Ich kann nicht mehr... Ich muss Knochenspritter finden, ne? Scheiße. Ja. Hast du nicht bei dem Bumdi den Knochen mitgenommen? Nee, das war ein großer Knochen. Den kannst du klein machen. Ah, warte mal. Oh, lol, stimmt. Wenn du den dabei hast. Ja, ja, klar, 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 klar. Da kannst du herstellen drücken und dann... Ja, 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 ja. Nee, mach der nicht. Hä? Zerstören. So. Ja. Nee. Nee, das muss bei Sammeln sein, oder? Ja, her... Sammeln. Ah, lol. Okay. Ja, perfekt. Okay. Knochenspitter. Knochennadel. Okay, haben wir schon. Gib her meinen Arm. Mach auf da die Scheiße. Okay, und jetzt verbinden. Ja, moin, Alter. Let's go, ey. Geil. Der Funkchenverband war aber richtig, ne? Ja, ja, war richtig. Perfekt. Geil, Alter. Wir haben's. Okay, Leben geht immer noch runter. Dr. Bob am Schaden. Mein Leben geht immer noch runter. Was fehlt da? Schlaf. Du brauchst ne ordentliche Mütze. Ich brauch trinken. Fuck. Ja, ich auch. Dihydriere komplett. Sollen wir pennen, oder meinst du, das geht in die Hose? Nee, wir müssen erst mal gucken, dass wir Kokosnüsse hier hinscheißen. Ah, guck mal. Wenn du, ich kann's nicht abbrechen, glaub ich. Doch. Zielen. Wenn du ins Mausrad reindrückst. Jawohl. Dann kann man's abbrechen. Dann können wir gleich die, ja. Dann können wir gleich die Kokosnuss abschließen. Ja, ich bin fast tot, Alter. Wir müssen das schon ein bisschen, warum wir denn hier so eine Palme in Scheiße. Guck mal, hier ist doch noch ein Palme. Da hängt eine. Mach's dir kaputt. Hose, werf's ab. Hose, da. Werf's ab. Pots. Gut geworfen. Alter. Zack. Hey. Nee. Der wird halt da oben. Warte, ich werf auf drauf jetzt. Au, Hilfe. Die andere mach ich auch noch. Scheiße, ich will den Speer nicht werfen. Larven. Bamm, Junge. Nächster kommt. Wo ist meine Axt? Äh, da. Jede Menge Pilze. Like a Pro. Habt ihr gesehen, Leute? Hast du dich schon genommen, ey? Aufheben. Erstmal trinken. Hey, ich dachte, ich hab die genommen. Wie kann ich die essen? Äh, ich glaub, herstellen wieder. Drauftrinken. Wie kann ich die? Erweiter. Du musst sie erst knacken. Oder musst du draufhauen. Zerstören. Ja, da ist die nächste gespawnt. Oh, ich muss den Speer opfern. Nee, warte mal. Was will ich machen, Leute? Ich muss draufhauen. Okay, alles klar. Doch draufhauen. Jawohl. Ah, jo, okay. Trinken. Oh. Lecker. Der schlürft da raus, ey. Oh. So, jetzt machen wir die auf. So. Jetzt esse ich noch ein Stück. Geil. Aber, wieso geht mein Leben immer noch runter? Ne, meins geht rauf. Aber ich glaub, ich muss mal pennen, weil ich hab keine Muni mehr. Was fehlt mir denn, Leute? Was, was, hab ich immer noch zu wenig getrunken? Schlaf. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt. Safe Schlaf. Aber lass erst mal, lass erst mal die Dinger platzieren. Welche Dinger? Die, die Kartoffelschalen. Ich mein, die Kokosnuss. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du die zwei Betten schon fertig gemacht? Lol. Nice. Ja, ja. Lass mal direkt hier vorlegen. Geil. Klatsch. Muss man die erst aufessen, oder was? Oh nein, irgendwas klappert hier. Klapperschlange. Ne, spinne, spinne, spinne. Dein Busch. Oh, du Schwein. Links, links, links. Wo ist sie? Da. Machst du kaputt. Zack. Hey. Ich hab nicht Sperre genommen. Hey, was? Ich treff nicht. Hallo. Hey? Die ist immun. Du dreckst auch die Schnauze. Du kommst in die Treppe. Alter, Stiff. Stiff, du wirst dadurch wach, ey. Ich bin immer noch durstig. Ich. Hä? Ich bin an keinen Schuss. Okay. Ich glaub, ich muss pennen, sonst wird das nix. Ja, wir müssen schlafen. Ich glaub, du musst mich erst aufpumpen, dann können wir pennen gehen. Okay, ich hab die mir eben kurz hin platziert. Ja, warte, ich hab kurz meine Schalen platziert. Hallo. Ach, hier oben. Boah, ja, der ist noch gesund, ey. Kör mal. Okay, komm, lass mal ne Runde. Ich hab mir das kurz von der Arschbacken gezogen, ey. Ich bin ready für ne neue Runde, Alter. Das ist ein Dschungelkurse. Und schlafen, komm. Oh, hier ist noch Obsidian. Ich hab mich hingelegt jetzt drauf. Ja, ich komm. Guten Abend, gute Nacht. Ey, Leben geht wieder runter. Scheiße. Ich bin dreckig. Also, Ausdauer geht schnell hoch, aber Leben geht halt runter. Oh, shit. Schon wieder durstig. Es fängt an zu rocken. Es fängt an zu regnen. Was ist das Rote? Die sind voll, die sind voll. Jawohl. Trinken, trinken. Das reicht aber noch nicht. Das ist ja fast gar nichts. Wir brauchen mehr Kokosnüsse. Aber geht ganz gut. Voller Profi hier. Ja, das ist, ne? Fleisch brauche ich tatsächlich. Dir fehlen Nährstoffen. Wir brauchen Essen. Wir brauchen ein Feuer. Lagerfeuer, Asche. Ich hab Schale gelesen, nicht Dummkopf. Okay, mach mal. Mach mal. Ich baller mal hier so ein Rezept für Lagerfeuer hin. Komm. Ja. Wie du liest, Alter. Schön mittig. Zack. Oh, warte. Achso. Können wir das Shelter da noch drüber ballern? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Lass erst mal gucken, dass wir erst mal eben was essen, weil das ist schon kritisch hier gerade. Hau die Maden weg. Ja, stimmt. Eigentlich schon, ne? Stimmt. Ist doch Lendo. Währenddessen ist ich gerade eine Made, ey. Bei mir ist tatsächlich Protein. Ich hab eine Maus. Die können wir, die können wir, warte mal, ich sammle mich mal kurz. Die müssen alles verraten. Deswegen haben wir auch Fleisch. Ich hab noch Tusentunfisch. Ich hab Kokosnusshochfleisch. Kann ich noch essen? Ich hab nichts, sagt er, Alter. Ich hab noch nichts. Das ist doof, dass wir sich so ausgeworfen werden müssen. Okay. Zeig, ich kümmer mich mal eben hier kurz um. Das mach ich doch nicht. Auch nicht. Stöcker. Oh, ja doch, doch, doch. Das ist gar nicht schlecht. Wir stellen den Shelter andersrum da drauf. Das zieht mich. Zocker-Mäze. Ey. Willkommen. Scheiß Haus. Oh Gott, Alter. Ich dachte, was ist das denn? Ja, ja, war doch gut. Ging doch gerade so. So? Nein, nein, nein. So ist gelb. Ich seh das nicht. Warte, 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 warte. So, jetzt, jetzt, jetzt. Guck mal, perfekt. Nein, warte. Jetzt. So? Jetzt. Ja. Nice. Oha, guck mal, wir liegen direkt davor. Sogar mega. Lass mal hier die Scheiße wegmachen, Alter. Ich stelle ja mega. Scheiße, ich hab... Ich brauch noch einen kleinen Stein, damit ich mir wieder eine Axt ballern kann. Stupid piece of shit. Was? Du sagst irgendwie, oh no. Stupid piece of shit, sag ich. Keine Ahnung, warum. So, wir brauchen jetzt noch zwei, drei, ne, vier Stöcker. Shit. Ich hab nur langen. Hab ich... Ah, meine Axt ist kaputt gemacht. Oh fuck. Ich hab auch nichts mehr. Aber irgendwann können wir jetzt die ganze Zeit von der Kokosnuss trinken. Das ist voll geil. Mhm. Das ist mega nice. Axt ist kaputt. So, Zogamice, danke für zehn Monate. Herzlich willkommen zurück, liebe, liebe Zogamice. Dankeschön. Und Kazumi Ryan, danke für 29 Monate, Mann. Vielen, vielen herzlichen Dank, Mann, für den Support. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also, wie gesagt, wir sind gerade ein bisschen durch hier, aber wir versuchen, zurechtzukommen. Es wird langsam. Es kühlt, Leute. Wird die leere Dose auch voll Wasser? Oder was? Einen Stock noch. Einen Stock noch. Kannst du mir vielleicht gleich ein paar Äste noch... Warte mal, ich hab ja selber noch welche. Geht doch der Stammessperr, ne? Hier links. Ja, den könnte ich, glaube ich, gebrauchen. Ich bräuchte noch einen kleinen... Wann mal, ich brauche... Hast du noch einen Stein? Ne. Steine sind echt rar hier, ne? Das ist echt krass. Ja, ich glaube, das denken wir nur, weil wir halt nicht so gerade umfasseln schauen. Du kannst von einem großen Stein auf zu kleinen runterbrechen. Bam, ist fertig. Okay, okay, okay. Okay, warte mal, hast du einen Feuermacher? Ja. Okay, hast du einen Stamm. Ich kann dir das Dings nehmen, das zockene Blattpulver. Ich hab Asche von denen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ja, mach mal, versuch mal. Ne, kann ich nicht verwenden. Warte, dann geb ich dir das. Oder gib mir den Büroro. Ich hab auch das Platz. Okay, alles. Alter, guck mal. Nice. Ich lass gerade den Rasenmäher an, ey. Jawohl, rein, da komm. Mach rein, mach rein, mach rein. Ja, Feuer, Paterfeu, Paterfeu, erst mal reinlaufen. Oha, ich bin ausgewichen. Weil wir haben Feuer gemacht, Alter, jetzt geht's los. Ey, jetzt geht's richtig ab. Oh, stimmt, warte mal, euer Feuer geht bestimmt gleich wirklich wieder aus. Wir haben ja das Schilder noch gar nicht. Ja, macht ja nichts. Ich hab aber die Asche. Das heißt, wenn das gleich ausgeht, hau ich die Asche raus. Alter, der kommt da mit dem Baumstamm, der macht den Wikinger. Die ist zu klein, die Scheiße. Der braucht eine große. Eine Minute Feuer. Och, Mann, Leute, entspannt euch. Ich hab doch Asche, Leute. Lasst uns doch mal unsere kleinen Erfolge. Wir sind doch Streamer, wir haben Asche. Oh, Gott. Ich leg hier eine Apfelschnecke rein. Menschenfleisch esse ich nicht. Tja, guck mal, hier liegt die Schnecke schön am Grill. Wie der Franzose es sich schmecken lässt. Warte, ich kann die Maus noch, ich kann das Mäusefleisch noch reinballern. Ne, ist voll, oder? Also, ist voll. Ne, da oben noch, da oben. Da oben kann ich noch was reinballern. Es regnet, ist doch geil. Es muss regnen. Geht nicht, scheiße. Ah, nee, stimmt, das Shelter ist ja noch gar nicht fertig. Ja, eben, sag ich doch die ganze Zeit. Ich brauch unbedingt eine Axt, Junge. Unbedingt. Ja, ich auch. Gehst du einen Stein? Nee, ich kann ja, wie kann ich, achso, hier ist ein Stein, nee, das ist ein Pilz. Scheiße. Kann man auch Stein abhauen, frage ich mich, wenn du jetzt hier auf den Stein ballerst. Ja, es gibt sowas wie Eisenadern und so, da kannst du halt, glaube ich, drauf rumhauen, ja. Das geht. Darauf rumhauen. Ja, 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 doch, das geht schon. Ich möchte gerne auf ihn drauf rumhauen. Und ich bin schon wieder durstig. Das gibt's doch nicht, wie schnell wir durstig sind hier die ganze Zeit. Ist so, ne? Wie kommt man denn irgendwie an eine Sache, die halt, wo man halt ein bisschen länger von was hat, Leute? Durstigkeit. Wo man nicht halt direkt, wenn man einmal geschlürft hat, zwei Minuten später gefühlt, irgendwie wieder durstig ist. Mehr als Wasser geht halt nicht, glaube ich, ne? Nein, ich mein, wir haben ja, wir bekommen ja jetzt nur das Wasser von der Kokosnuss. So, das Regenwasser. Ach so. Ja. Gute Frage. Ich brauch einen Stein, ich brauch einen Stein, Alter. Suppen. Warum liegen tote Tiere in toten Tieren drin rum? Weil tote Tiere tote Tiere essen und die dann sterben. Einen Kochtopf. Wie kriegen wir denn da? Ja, Kochtopf können wir wahrscheinlich finden, oder? In einem Lager oder so. Hier ist ein Papagei, den nehme ich auch mal mit. Guck mal her, Schluckiputz. Hör mal. Du hast jetzt noch nicht ausgedient. Wir können dich sicherlich noch verputzen. Können wir uns nicht irgendwie Markierungen setzen, so a la Forest-mäßig, Leute? Das wär gut. Oh, hier sind noch mehr Schnecken. Hier unten. Wir müssen uns die Koordinaten merken, glaube ich. Hier sind Pilze. So, dass ich das nicht getan habe. Ja, ich mein, wir wissen ja ungefähr, wo wir hergekommen sind, oder? Ja. So grob. Also nein. Scheiße, ich brauch echt verdammt nochmal Stein. Also, das kann doch nicht sein. Oh Gott, ey. Eine Map kann man finden. Ja, das wär halt mega geil, ne? Aber ich frag mich halt, ob wir hier speichern können. Das wär halt perfekt. Ich denke... Stein! Oh, noch einer. Ich splitte die mal eben. Ja, perfekt. Wir dürfen nicht zu weit auseinander gehen, ey. Boah, Hilfe. Diese Steirung, ey. So, ich hab jetzt vier Schnecken nochmal aufgesammelt. Oh, Bananen! Let's go, Alter. Vor allem, wenn wir da immer wieder hingehen können und pflücken können. Ja, weiß ich nicht. Wachsen die nach, Leute? Klar. Stimmt, ne? Boah, ich hab neun Steine. Auf geht's. Unbekannte Frucht. Ich weiß nicht, ob man die essen kann. Ich nehm das einfach mal mit. Neun Steine, okay. Du kannst uns ne Axt können, ja? Also paar Steine gleich. Was brauchten wir denn noch für... Oh, Ei. So, lass uns mal... Ja, und das Nest musst du mitnehmen. Lass mal... Oh, wir müssen uns absuchen. Oh, nein. Fuck. Ich hab auch nen Egel. Und zwei. Komm, hier nicht da. Ey, was brummt hier so? Hörst du das? Ich hör nix. Hier brummt was. Ach, das ist mein Bauch. Wow. Oh, das ist nicht mein Bauch. Das ist nicht mein Bauch. Das ist nicht mein Bauch. Das ist ein fucking Jaguar. Alter. Stell ich den ab. Ich bin tot. Nee. Ey. Was brummt hier so, Alter? Das ist mein Magen. Das ist nicht mein Magen, Alter. Was? Nein. Die sind schlimm. Ja, das... Meine Falskirche nicht. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Was brummt hier so? Alter. Oh, aber ey, ich spawn jetzt da, wo ich geschlafen hab. Nice. Oh, da ist er wieder. Der ist zackt an unserem Lager. Ach, du heilige Sche... Ja, kämpf mal mit dem. Ich hab ihn. Ja, nee. Du Scheißer. Du Scheißer. Komm, nimm den aus. Nimm den aus. Klinge, mach den Fett. Ich hab keine Klinge. Scheiße. Warte, ich muss mein Zeug aufnehmen. Wo bin ich gestorben? Was brummt hier so bester Move? Okay, irgendwas stimmt nicht. Wieso? Ich sterbe gerade. Warte mal, ja, zeig mal deine Wunden. Oh, ich hab ne richtige Risswunde. Ja, warte, warte, warte. Hast du verbannt? Ey, es dauert ewig, bis ich da bin. Ja. Nein, ich hab daneben geschmissen. Oh mein Gott, zwei Sekunden. Eins. Neu. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja. Wo ist mein Loot? Oh. Ah, hier. Alter, ey. Oh, Mann, ich check's aber auch nicht, dass ich die Risswunden hab, ey. Oh, nee. Das ist nicht mein Magen. Hat das jemand geklippt, Alter? Und vor allem wir beide so, das ist ein Jaguar. Oh, ne Spinne ist auch hier. Richtiges Survival, Alter. Ich bin direkt vom Camp gestorben hier, muss ich doch, oder? Vor allem, war das überhaupt ein Jaguar? War das? Ja. Ein Puma, ja. Ein Puma war das. Ach, schön, ey. Ich liebe es, ey. Ein Jaguar, der Puma so. Really? Brr. 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 Bis zum nächsten Mal.